Bilder, bei denen jemand seinen Job aber ganz schlecht erledigt hat. Ah, verstehe. Name und Lastname heißt er also. Das hat er doch extra gemacht, oder? Mich interessiert es eigentlich nur, wie das klappen soll. In diesem Flugzeug würde ich nicht freiwillig mitfliegen. Das Ding hält keine Minute mehr. Select Language. Interessante Auswahl auf jeden Fall. Das kommt raus, wenn man Finnland-Flaggen sucht. Da hat sich jemand aber richtig Mühe gegeben. Die Lampe brennt bestimmt noch. Das nenne ich Privatsphäre auf höchstem Niveau. Irgendwas ist da falsch. Irgendwas ist da falsch, Leute. Ich sag's euch. Ja, viel Glück beim Aufkriegen, würde ich sagen. Soll ich meine Hände da reinstecken oder wie soll das funktionieren? Ja, viel Glück beim Aufkriegen.